In unter drei Stunden erkläre ich dir, wie du erfolgreich kommunizierst und zukünftig noch mehr bekommst als der Durchschnitt. Wer andere von seinen Ideen begeistern kann, dem steht die Welt offen. Wenn du jetzt deine Fähigkeiten zu kommunizieren, zu verkaufen, zu überzeugen richtig einsetzt, bist du schon bald wieder vermögend, weil du weißt, wie man andere Menschen mitreißt. Die Frage ist also nicht, ob du Kommunikation erlernen sollst, sondern wie schnell du das machst. Es ist wirklich wichtig, dass wir verstehen, dass mit der Fähigkeit, andere Menschen überzeugen zu können, alles möglich ist. Sowohl beruflich, in der Schule oder der Uni, als auch privat dreht sich alles um Kommunikation, Verkaufen oder Überzeugen. Sympathisch sind einem meist die Menschen, bei denen man sich gut aufgehoben fühlt oder die einem das Gefühl geben, dass man ihnen vertrauen kann. Lass uns jetzt direkt loslegen, damit du immer gute Unterhaltung hast und andere für dich und deine Ideen begeisterst. Dein Uwe